Wenn ihr wissen wollt, wie das Joch getanzt wird, dann müsst ihr jetzt dranbleiben. Wir zeigen das nämlich jetzt. Und starten direkt aus der Doppelhandhaltung. Die Dame geht auf den Herren zu mit ihrem Grundschritt 1, 2. Und der Herr geht auf die Dame zu. Dabei heben wir die Arme und legen sie hinterm Kopf ab. Hier gehen wir weiter in ein Karussell und rutschen mit unserem Armschmeichler auseinander. 1, 2, 3. Um in die Tanzposition zu kommen, machen wir einen Platzwechsel. Und dabei wechseln wir ganz wie durch Zauberhand die Hand. Und weiter geht es wieder in unsere Grundposition. Und schon habt ihr wieder eine neue Figur bei uns gelernt. Weitere Figuren findet ihr auf unserem YouTube-Kanal Silvia und Manfred D.